Hallo Freunde, in dem nachfolgenden Filmchen möchte ich euch zeigen, wie drei Tantopolds entstehen mit insgesamt 1050 Kubikzentimeter und was die Burschen so drauf haben. Das Schöne an so einem Gemeinschaftsprojekt ist ja, dass man sich gegenseitig anspornen kann und dass ein jeder vom anderen was lernen kann, beziehungsweise dass nicht alles doppelt und dreifach erfunden werden muss und es macht richtig Spaß mit Freunden so ein Projekt durchzuziehen. Bleibt dran und schaut euch das an. Ich zeige euch, wer noch an so einer Tantopold arbeitet und das ist der Markus und zu dem fahren wir jetzt hin. Ich nehme einmal an, der starke Wind heute würde ihm einen schweren Strich durch seine Rechnung machen, aber schauen wir uns das einmal an, wo die Reise nun hingeht. Und jetzt schauen wir, was der Markus so macht. Wir packen es hier allerdings vorher gleich einmal ein. Und ich werde euch jetzt zeigen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, einen riesen Bastelraum zu haben, um ein großes Modell zu bauen. Jetzt haben wir schon mal den Abgang in den Keller. So, wir sind jetzt hier bei Markus in seinen heiligen Hallen. Und hier seht ihr, Tantopold Nummer 2. Alles vorbereitet für den ersten Lackauftrag. Aber ich denke, der Wind wird ihm da einen Strich durch die Rechnung machen. Aber alles schön vorbereitet. Ja. Fein. Also heute ziehst du es durch. Brushing. Brushing. Gut. So wie meine Frau immer sagt, du kannst dich einfach nicht einstellen. Wie du sagst. Er zieht das Bein hart durch. Eine Farbe muss heute noch rauf. Passt. Und das wird schwarz sein. Inzwischen schauen wir mal seinen Rumpf an. Alles schön mit Kohle verstärkt. So wie es gehört. Hat natürlich auch ein Neat-Tool von mir. So Markus, die erste Farbschicht ist aufgetragen. Was ist dein Resümee für den heutigen Tag? Ja, wir werden lernen müssen, dass es bessere beim Lackieren gibt wie mich. Aber letztendlich übermachte Meister. Und im Grunde genommen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber es schaut, glaube ich, super aus. Ich meine, das ist jetzt einmal die erste Schicht. Ja. Und du bist guter Dinge für die nächsten Lackierarbeiten und Schritte. Richtig. Equipment hast du ja super, habe ich gesehen. Sata Mini Jet. Perfekt. Da gibt es nichts. Natürlich vom Profi kauft ja alles. Und natürlich vorher im Einsatz gesehen, da habe ich schon gewusst, das kann nur das Richtige sein. Das ist aber halt. Ja, super. Und dann, ich freue mich, wenn es weitergeht. Und ich freue mich, wenn du einmal vorbeischauenst. Erstflug. Ja. Ah ja. Und da schauen wir noch einmal, wo die Grenzengänge, die Plafondhöhe begrenzen den Maßstab, wie man sieht. Und weiterhin, viel Spaß. Tschüss. Prost. So Leute, eine Location haben wir noch vor uns, nämlich zur dritten Tanderpold-Baustelle. Und schauen wir zum Erwin, schauen wir, wie weit das er ist. Er macht nämlich im Unterschied zum Markus und zu mir eine Bubble-Dub. Und wir schauen einfach, wie weit das er mit seinen Baufortschritten ist. Wir sind nun beim Erwin angelangt. Schauen wir einmal, was da abgeht. Ja. Servus, Erwin. Grüße. Servus. Du bist schon sehr weit, wie ich feststellen muss. Ah ja, du bist echt. Hier also ein Erwin, seine Bubble-Dub. Vollständig lackiert schon. Klarlack drauf. Feines Teitel. Muss man sagen. Wie ist es dir so gegangen bis jetzt? Nein. Es ist gegangen einigermaßen. Ein paar Rückschläge halt, wie immer. Ja. Aber im Großen und Ganzen. Aber du bist ja ein extremer Schnellbauer. Ja. Es war lustig nachher, aber nein. Es war super vorbereitet. Die Teile, die die Frauen schon gemacht haben. Also, das ist nicht sehr schlimm. Ja, du machst ja die gleiche Größe wie der Markus und ich. Allerdings in der Bubble-Ausführung. Genau. Und du machst dein 250er rein. Den mache ich 250. Ja. Gewicht. Gibt schon irgendwelche Schätzungen. Boah. Eigentlich schwer zu sagen. Also, ich denke mal zwischen 26 und 30 Kilo. Ich hoffe, dass er unter 30 bleibt. Schauen wir mal. Spürt keine Rolle. Du bist nicht mehr um 10 Kilo leichter wie wir. Ja, das ist viel. Ja, da die Flügel. Alles schon super vorbereitet. Ja. Ja, das Fahrwerk von Rob Schiller. Landische NRV, alles schon da. Hat alles Hand und Fuß, muss man sagen. Haube elektrisch zu öffnen, wie sonst. Cockpit wird auch ausgebaut, nehme ich an. Ja, natürlich. Na, cool. Eben, warum machen wir erst fliegen? Nicht sobald, dass es geht. Im Sommer wird es so alt sein, hoffentlich. Machen wir eine Dreierstaffel. Ja, ich hoffe schon, ja. Okay. Hat sich irgendwie geht. Alles klar. Ich habe mich gefreut. Gut. Bis später. Ciao. Birti, ciao. Ich sage noch eins. Die Burschen üben Druck aus. Das heißt, nichts wie ran an die Spritzpistole. Und lackieren. Lackieren, lackieren. Lackieren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Seitenruder und Seitenflosse in schwarz geharrten. Untertitelung. BR 2018 Alles geht mal frei. Untertitelung. BR 2018 Meine Damen und Herren, das war Part 2 in Sachen lackieren. Oder 3 schwarz-silber-olive-trap. Alice geht mal frei. Untertitelung. BR 2018 Alles geht mal frei. Untertitelung. BR 2018 Das war jetzt einmal ein kleiner Überblick über die aktuelle Situation, wie es aussieht, wo die Reise hingeht. Als nächstes kommt Cockpit-Ausbau bzw. das Wettering. Ich werde mich dann wieder melden und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Gesundheit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben hier und man sieht sich wieder. Tschüss, Servus.